Hallo zusammen, ich bin Kliva von Moris, ich bin seit dem August dabei als Fashion Assistant Buyer und heute ist mein erster Fashion Shooting. Wir zeigen euch heute zwei Trends, die für uns besonders wichtig sind im Winter und Herbst. Das eine wäre Strick. Wir haben Grobstrick mit Texturen drin und mit dem passenden Accessoire dazu. Der zweite Trend, den wir euch zeigen, wäre die Karomuster. Und zwar nicht nur modern, sondern auch klassisch wie mit dem Flanell Print, den wir alle schon kennen.